Hallo bei den Spielzeugtestern. Wir machen heute Katzenspielzeug auf. Ja, alle Katzen sind hier und wir haben glaube ich das letzte Katzenspielzeug vor über zwei Jahren gefilmt und deswegen habe ich jetzt einfach mal was Neues bestellt, weil einiges ist auch schon kaputt oder es gibt das Ladekabel nicht mehr oder es ist irgendwas abgerissen worden und es gibt keine Ersatzteile dafür und deswegen haben wir jetzt einfach mal was Neues bestellt. Wo willst du mit anfangen? Mit dem Kleinen. Ich habe keine Ahnung was ich bestellt habe, was da reinpasst. Ich hoffe das ist überhaupt Katzenspielzeug und nicht irgendwas für dich oder so. Schnucki, nicht dass wir ins Krankenhaus müssen, ne? Soll ich das machen? Ne, brauchst du nicht. Wow, ja Hund, komm gucken. Ist das was für die Katzen? Warte. Doch ist was für die Katzen. Die Kutsche im Schreck. Das musst du doch erstmal auspacken. Das hört sich auch wieder mit einem Laser. Und ist es geladen? Ne. Oh ne, und man kann nicht mal Batterien rein tun? Ne. Oh ne. Achso, es ist an. Und ich habe volle Kanne rein geguckt. Meine Augen sind ja noch nicht schlecht genug. Hanna, echt jetzt. Das sind seine Füße. Oh, es klingt cool, stimmt's? Fluffy. Guck, das gefällt dir schonmal, stimmt's? Wow, ist das toll. Und hier vorne drückt man irgendwo, hier. Ja, das ist das langsam. Ja, mach mal einen Tick schneller. Warte, mach mal die Kiste auch nochmal ein Stück weg. Warte, ich mach mal ganz schnell. Oh, Fluffy ist gar nicht zu sehen. Ach doch, da ist ein Moor dahinten. Ja. Ja, und genau so geht das dann nämlich kaputt. Was hilft das? Fluffy. Wow, kann ein bisschen weiter weg, der hier. So, damit er da hinten... Und Sabi denkt immer, was huscht da ab und zu vorbei? Fluffy, hilfst du? Oh, oh. Ach so, und das ist 30 Minuten, wenn es auf der normalen Geschwindigkeit ist, geht es nach 30 Minuten aus. Und man hat eine Ersatzfeder und einmal Ersatzzotteln. Ja. Das ist ja schon mal gut, denn die werden bei uns nicht lange halten. Fluffy, das gefällt dir schon mal, stimmt? Was ist mit euch los, ihr Trantüten? Der Fluffy ist der einzige, den es hier gibt. Der interessiert es richtig. Wow. Vorsicht. Der andere, der Eierkopf ist hier. Erst mal eine Sache. Ich schütte das mal aus. Nein, ich würde ja gerne sagen. Ein Karton! Der ist doch bestimmt cool, oder nicht? Den tue ich mal da hin, vielleicht möchte da jemand rein. Ich habe gedacht, die mögen ja diese Pappdinger so gerne. Ja. Dass ich dachte, vielleicht wäre das ganz witzig. Ja, ist es. Da sind sogar zwei Bälle drin. Ich weiß. Und Kettnipp. Katzenmins, aber die braunen ja nicht. Dann gibst du sie erst mal her. Dann können wir ja noch überlegen. Schau mal. Wow. Wow. Kann mal einer kommen von euch. Und ich wette nachher, wenn die Kamera aus ist, ist hier voll Alarm. Ja, sag. Fluffy. Flo. Fluffy. Du weißt, wie das geht, stimmt's? Ach, das ist ein Ball. Der kugelt sich und dreht sich hin und her. Nee. Da muss erst noch der Bamsel ran. Guck mal. Jetzt wären wir neugierig. Der Fluff macht es, also mache ich auch. Okay, hier legt man den. Okay, lass ihn aber zu, bitte. Wenn ich ihn wieder zupriege. Hier, der muss da ran. Oh, hier ist das Glöckchen. Oh, hier ist das Glöckchen. Ja, gib mal hier deinen Ball. Kann ich machen? Okay. Ist das cool. Das Ding ist, ich glaube, wir hätten das spät, spät, spät abends filmen müssen. Dann drehen die nochmal richtig auf. Jetzt ist es so nachmittags und alle sind so, hm, schnarchi. Der ist nicht mal grün. Vielleicht funktioniert das besser auf dem... Oh, Gott sei Dank. Hier offen. Ich mach schon mal den letzten. Kann man den auch schneller machen? Das ist schon die schnellste. Das ist die schnellste. Ich hab... Es gibt zwei Stufen. Lang, so schnell. Das soll schnell sein? Also das funktioniert wahrscheinlich besser, wenn es nicht auf dem Teppich ist. Das ist der kleine Kollege hier. Warum ist das ein Ladekabel und ich sehe gerade den... Wenn ich das gefällt, wenn ich das mal noch machen will. Guck mal, Oemi, der Ball donnert dagegen seine Kiste. Hallo, kann mal hier jemand mit uns spielen? Fluffy! Ich hab... Warte! Oemi! 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 Mami, lass das. Ich will hier mitspielen jetzt. Mhm. Oemi! 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 couple! Oemi! 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 Und das rollt von alleine, das legen wir nachher in Flur und da kann es dann von alleine rollen. Ja, aber wenn es die Treppe runterläuft... Ja, dann hoffe ich mal, dass es uns überlebt. Da kommen dann immer... Ja, Fluffy, du bist gerade keine Hilfe. Da sind so Federn drauf und man weiß aber nicht, wo die gerade rauskommt. Wie cool ist das? Wow! So, das ist das letzte hier. Ich würde sagen, das bauen wir mal eben zusammen. Hanna ist da schon bewaffnet. So weit sind wir schon und Hanna versucht jetzt hier gerade, die letzten Schrauben reinzubohren. Wir haben es fertig und jetzt versuchen wir das mal hier in Hanna ihren Schrank reinzubohren. Und dann kommt da so ein kleines Bettchen rein und dann schauen wir mal. Noch nicht! Guck mal! Noch nicht! Noch nicht, okay? Noch nicht! Noch nicht! Wir sind doch noch nicht fertig, Fluffy! Mir gefällt es doch nicht! Das ist toll, aber wir sind doch nicht fertig, Mäusekind! Komm mal raus! Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Oh! Ich gefällt es! Wir sehen nichts! Ich gefällt mir! Guck mal! Wir hoffen, euch hat das etwas chaotische Katzen-Video gefallen. Der Ball ist gerade von alleine rausgekommen. Ja! Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern! Tschüss! 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 Wie wird das benutzt? Haha, Schätzlein! Hi Mäuschen! Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch! Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren! Und hier könnt ihr unser letztes Video anschauen!